Okidoki, na dann, es geht weiter mit unserem Abenteuer. Mit der Wüste sind wir jetzt quasi fertig. Wir haben noch zwei Proto-Substanz-Quests, die momentan irgendwie so auf, keine Ahnung, so aufholt sind. Man hat uns gesagt, wir werden angerufen, sobald es weitergeht. Ich weiß nicht genau, was ich tun muss, damit das passiert, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Was ist das hier? War das ein Stoppschild? Moment. Oh, alter. Okay. Ultrakrasses Stoppschild? Ah, das ist Slow-Schild. Okay. Slow-Schild. Jetzt geht's in den Jungle, Alter. Kongaga ist just past these Shallows. Kongaga? 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 Moment. Was ist das denn hier? Kongaga? Hi, Sarah. Kongaga? 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 Willst du mir jetzt erzählen, dass hier ist kein Ort, wo es Schätze gibt? So eine krasse fucking verlassene Fabrik? Keine Schätze? Nicht ein einziger? Ein einziger kleiner Schatz? Ist okay, Chat. Chat, ihr seid schon Schatz genug. Trotzdem hätte ich gerne noch ein paar Kisten. Eine kleine Kiste. Na gut, da halt nicht. Ich bin gespannt, ob das genauso aussieht wie in... Warte mal, war man in Crisis Core in Kongaga? Ja, ne? Doch, ich glaub schon. Plink! Nein, du! Danke für die 100 Pizzare. Viel, viel Dirk. Nein, du! Hey, da vorne. Das ist unser Jungle? Indeed es ist. Halt an, Lethal Muscar. Wir sind fast da. Hooray. Hup! Kongaga? Erstmal kotzen. So ist recht. Ich glaube, ich bin hier schon. Wie kommt er denn da... Oh, Kuchata als... Was? Okay. Wow, okay. Das ist ein sehr besonderes Summon. Mir fällt gerade gar nicht so aus dem Stehgreif ein, in welchem Final Fantasy das noch war. Aber das ist definitiv eines der unbekannteren. War Kuchata nicht sogar so ein Doppel-Element-Ding? Ich glaube, ja. Ich glaube, das hatte mehrere Elemente, aber ich weiß das nicht mehr ganz genau. Aber ja, cool, dass sie das mit reingenommen haben. Mittlerweile haben wir übrigens sehr viele Mega-Tränke. Finde ich gut. Ich investiere auch mal noch mal ein bisschen hier in die Status-Heilmittel. Genau. Weil wir ja keine... Ich habe diese Behandlungs-Material noch nicht gelevelt. Weil ich das lieber mit Items mache. Und ja, was so Status-Veränderungen anbelangt, da halte ich es immer so gerne auf 5. Also 5 Heilmittel quasi. Geschwächte-Attacke habe ich noch gar nicht. Zerstörung habe ich auch nicht. Wisst ihr was? Einfach nur for the sake of haben. Holen wir uns jetzt noch die, die wir nicht haben. For the sake of haben. Oh, was ist das denn? Banditen-Armreif und Oh, neue Neue Accessories. Oh, wow. Und alles davon sind wirklich straight Upgrades. Also ich sollte mir auf jeden Fall Ich überlege ernsthaft, weil die haben beide die gleiche Anzahl an Materialslots. Sonst habe ich ja den Magiereif immer genommen, weil der halt einen Slot mehr hatte, aber diesmal ist es gar nicht so. Ich bin wirklich im Überlegen, ob ich einfach drei von den Banditen-Armreifen nehme. Weil, also ganz ehrlich, physisch ist halt immer wertvoller als magisch, in my opinion. Moment, ich check mal ganz kurz, ob wir schon Rezepte haben für die Verbesserung. Es kann natürlich sein, dass wir Warte, was sind denn das für Dinge? Das sind ja noch mal ganz andere. Ah, Oh, den können wir übrigens bauen. Was macht denn der? Erhöht die Vitalität und Willenskraft um jeweils 30 und schützt während des Kampfes vollständig vor sofortigem Tod und Gemach. Ja, nehmen wir. Ist das nicht sogar Moment? Warte mal. Mir fällt es immer ein bisschen schwer abzuschätzen, wie gut Vitalität und Willenskraft wirklich sind, aber ich will das mal vergleichen mit der Schutzweste hier. Genau, die erhöht nämlich die Vitalität um 5%. What the fuck? Und 30 sind definitiv mehr als 5% von 48. What the fuck? Warte mal. Wo ist es? Bro. 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 Das ist ja komplett übertrieben. Willst du mich verarschen? Das ist so viel besser. Oh mein Gott. Ja, und dann noch Schutz vor Tod und Gemach. Das ist ja brutal. Das kriegt, ja, du kriegst es auf jeden Fall. Ich überlege fast, ob ich noch einen davon craft. Ich überlege fast, ob ich zum Tomberry-König gehe, den noch ein paar Mal umbringe und dann jedem so ein Ding gehe. Das ist ja komplett überrissen, ey. Okay, nee, lass mal chillen. Lass mal chillen. Lass mal chillen hier. Okay, dann nehmen wir ich, ich gehe auch davon aus, wir finden bestimmt bald noch mal in so einer Truhe finden wir bestimmt einen davon. Aber jetzt, also da die alle die gleichen Material Slots haben, ich hole mir jetzt einfach mal drei Banditenreife. Damit kann ich eigentlich nichts falsch machen. Das ist richtig krass. Vor allem die anderen zwei Sachen, die wir ja vorher bekommen hatten, hier von dem, von den anderen zwei Boss-Mobs, also das war ja hier dieser Kameraden-Ohrring, der hat halt Synchro-Aktionen und Synchro-Fertigkeiten um 10% erhöht. Das war eigentlich nix. Und das Psycho-Amulett ist okay, schützt halt vor Stumm, aber da hatten wir sogar schon was Besseres eigentlich, was genau das Gleiche macht mit noch mehr Magic. Aber der hier, also das ist, das ist ja so stark. Das ist richtig krass. Ich hab sogar, ich hab sogar noch einen Umhang übrig, weil wir das vier ja zweimal gekillt haben. Also theoretisch könnte ich noch einen machen und dann irgendwie, vielleicht Barret noch geben. Ah ja, ich lass das erstmal dabei und wir rüsten erstmal hier unsere neuen Reifen aus. Jetzt sind wir Banditen. Es ist kein Riesen-Upgrade, aber es ist ja auch noch nicht geupgradet. Also wir kriegen da ja bestimmt auch noch das Rezept für den Banditen-Reif Plus. Der ist dann nochmal besser. Aber was halt schon mal cool ist, ist, dass jeder quasi noch einen Materia-Slot dazu kriegt. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Schön. Schön. Bei den anderen kann ich jetzt quasi die die alten weitervererben. Du kriegst ein Abyssus. Wen benutze ich denn noch oft? Wahrscheinlich eher Yuffie als unseren Plüsch-Boy. hier gebe ich dann die Schwalbe. Ja. Wobei Appesis ist eigentlich Ja, okay. Ich gebe ihr Abyssus und dann gebe ich Yuffie. Bei Plus 7 und dann Minus 15 ist auch nicht so. Queen ist sie auch nicht. Okay, ich glaube das passt so. Und er kriegt dann Was kriegt denn er? Er kriegt den anderen Megalodon. So. Das sieht doch jetzt gut aus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was ich hier noch alles reinnehmen soll. Megalodon, ja. Ich könnte eigentlich wisst ihr was wir machen können so ab diesem Zeitpunkt? Ich könnte jedem einen zweiten TP-Boost mitgeben. Dann haben wir so Ultra Giga HP. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. für das OCD schön die Farben anordnen. Das muss auch sein. Oh, provozieren. Provozieren könnte ich Red noch geben. Ja, das ist auf jeden Fall gut auf ihm. Dann kann er produzieren, Alter. Produzieren. Jetzt ist Cloud aber der Einzige, der einen zweiten TP-Boost hat. Will ich das so? Will ich das so? Das könnte ich ihnen stattdessen noch geben. Glück, mäh. Barriere. Ja. Muss man aber eigentlich nicht devillen. Da sind noch TP-Boosts. So. Jetzt noch schnell die anderen mit irgendwas füllen. Was haben wir hier behandeln? Mäh. Gewitter? Mäh. Hier, klar. Zerstörung auf ihm. Barrett kriegt Versiegelung. Die ganzen Dinger, die ich nie benutze. Geschwächte Attacke. Ja. Absolut. Fühle ich extrem. und Schwerkraft auf ihr. Ja. So. Jetzt wo wir so richtig OP sind. Warte mal, wie viel HP hat Cloud jetzt mit zwei 4281. Er ist jetzt auch schon ziemlich krass tanky. läuft. Okay. Gongaga. Oh. Kodex Stufe 6. Was gibt es hier? Benötigt Gruppen Stufe 7. Ja toll. Limitschocker. Erhöht auflagende Limitleiste. Ja. Das ist sehr sehr geil. Abwehr. Krediziert der Schaden beim Blocken. Erhöht Schaden normaler Angriffe. Erhöht Schaden von Waffenfertigkeit. Jipp. Jipp jipp jipp. Red. Heilt beim Töten von Gegnern. Dienste rücksetze. Dann habe ich 20. Dann können wir zwei davon nehmen. Ich nehme Erhöht im Kampf empfangene TP Heileffekte. Und schnellere Aufladung der Rächerleiste beim Blocken. So. Erisu. Kraft Explosion. Erhöht Schaden von Sturm. Sie hat jetzt alle Elementar Upgrades. Das ist ziemlich cool. Erhöht im Kampf gespendete TP Heileffekte. Uh, das stackt dann mit dem was Red hat. Sie heilt mehr und er wird mehr geheilt. Das ist eigentlich cool. Da bräuchte ich fünf mehr. Was ist denn hier eventuell ein Fünfer? Bist du ein Fünfer? Ja. Nehmen wir das? Ja, der Typ ist mir halt ziemlich egal. Da level ich irgendwas. Was ist denn das eigentlich? Mokri-Klatsche? What the? Oh mein Gott. Moment. Hinter meiner Kamera. Guckt euch das mal an. Sie macht ihn riesengroß und er Okay. Ja. Das nehmen wir. Das ist gut. Ich nehm's einfach nur für die Looks. Nicht, weil ich denke, es ist extrem gut. Ich nehm's für die Looks, für das Aussehen. Ja, ja, sonst? Ah ja, er ist ja so ein bisschen tanky, ne? Nimm ich so ein paar tanky Sachen mit. Erlittner Schaden durch elementare Angriffe 10% weniger. Stellt tp wieder her. So, gut. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Bling, bling. Tiefer. Erhöht die kritische Chance um fünf. Hillier. Tiefer ist krit, krit, krit. Drauf hauen, drauf hauen. Oh. Erhöhe ich den Schaden von Waffenfertigkeiten? Das wäre ja auch ganz nice. Habe ich noch irgend so ein Fünfer, den ich nicht brauche? Was bist du denn? Ja, nee, Komboschaden ist schon nice. Wieviel war das denn? Perfekt. Wenn ich eine Sache hier ändern könnte, dann wäre es, dass man, dass man hier links, also ich zeig, ich zeig das mal kurz hier. Nee, warte mal. Genau. Hier steht ja, wie viel WP, also Baffenpunkte man braucht, um irgendwas freizuschalten. Wenn ich eine Sache hier ändern könnte, dann wäre es, dass man das auch sieht bei den Sachen, die man bereits quasi genommen hat. Damit man genau weiß, okay, das war jetzt fünf Punkte wert oder zehn Punkte. Damit man quasi so ein bisschen vorausplanen kann, was man wegmachen könnte. Das wäre so die einzige Änderung, die ich hier vornehmen würde. Nehme ich mal so ein random Ding einfach hier. So, und dann haben wir noch Yuffie. Dann sind wir hier fertig. Verkürzt die Dauer von erlittenen Debuffs. 30% ist schon eine Menge. Ich glaube, ich mag das. Gewährt nach erfolgreichem Stielen ... Okay. Okay. Das ist halt geil. Ich habe bei ihr sowieso die Diebeshandschuhe an, womit sie dann noch eine höhere Chance zum Stehlen hat. Und ich glaube, sie hat noch irgendeine Ability freigeschaltet, die auch beim Stehlen funktioniert. Also sie ist jetzt voll auf Stehlen. Mit ihr wollen wir stehlen, dann wird sie automatisch stärker dadurch. Voll gut. Kombo. Kombo. So, wo will ich denn hier lang? Was ist hier noch los? Was? Was ist hier ein Masu-Pilami? Oh, neue Musik. Dschungel. Alter, die Dschungel, die Dschungel-Kampfmusik. Too bad. Ey, kannst du denen mal Feuer unterm Hintern machen? Danke. Ich mag die Mucke, die ist irgendwie ein bisschen entspannter als sonst. Oh, hallo. Warum ist hier so hell? Okay, schon besser. Oregano? Eines meiner Lieblingsgewürze übrigens. Ich liebe Oregano. Oder Kräuter, sollte man eher sagen. Die Wälder. Konkakas. Gibt's hier? Also, hier gibt's mehrere Wege. Es sieht aus, als würde dieser Höhlenweg zu nem Turm gehen. Das wär vielleicht ein ganz guter Anfang. Ey, aber hier geht's doch auch lang. Hier sieht voll nach Secret aus. Secret? Secret? Aber ich dachte Secret. Secret? was ist das denn? Hafen? Hallo? Any Gungagas? Oh, wisst ihr was ich gerade glaube? Ich glaube, wir kriegen später auf jeden Fall noch das Schiff. Und ich wette, da können wir hier zum Beispiel anlegen. Ich glaube, dafür sind die Dinger hier da. Ja, bestimmt. Dann kriegen wir was? Echt? Das Schiff auch noch? Also, nicht Schiff, aber, ähm... Es wird noch was, es wird noch was geben, mit dem wir übers Wasser können. Boah, das ist aber noch echt lange hin. Jetzt, wo ich so überlege, das ist noch echt lange hin. Holy fuck, okay. Oh, Mann. Uns steht noch einiges bevor. Ein Kraken? Nicht ganz. Ja, aber cool. Das Spiel hat mich gerade gespoilert quasi. Nein, es ist kein Tier, es ist kein lebendiges Wesen. Oh, was ist denn das denn für? Küss mich! Küss mich, Chat! Wie geht's? Das ist ja voll Bio. Ich trau mich nicht ran, weil es die ganze Zeit so eine Aura hat. Ein U-Boot? Ah, ja, aber, das... Ich glaube, das U-Boot wird es geben, aber erst im dritten Teil. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht kommt. Im dritten Teil wird es das Luftschiff geben und ein U-Boot. Ein mechanisch... Nein, auch kein mechanisches Seepferdchen. Ihr seid heute richtig, Gongaga. Ein mechanisches U-Boot. Nein! Nein! Es ist ein Flugzeug, das nicht mehr fliegt. Alter! Warte, warum klingt das nach Schottland? Das klingt doch nach Schottland und nicht nach Dschungel. Was ist das denn hier? Das klingt ja so voll nach den schottischen Highlands, man. Will ich da runter? Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hochkomme. Ich gucke erst mal hier. Schottland? Oh! Wir gehen nach Schottland? Oh, das ist so nett. Tschüss. Kriegen die Mädels jetzt auch Dschungel-Outfits? Hey! Was ist es? Wenn du ernsthaft willst, unser neuer bester Freund zu sein, wie sollst du uns ein paar Insider-Info geben? Oh, gut one! Well, es ist das Dirty Laundry, ihr after? Yeah. Ich habe gehört Whispers über den neuen Präsidenten Proclivities. Ich würde nicht glauben wie viel er in diesen fancyen en Oh, warum ich sogar noch ask? Noo, 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 Ey, ich weiß gar nicht, wo ich lang will hier. Es ist irgendwie so viele verschiedene Wege. Am besten erst mal zum Turm. So schnurstracks. Da vorne ist er. Die Mystic Knights. Mystic Knights have come to save our lives. Mystic Knights are here now. Long ago in ancient times in the land of Tinanuk. Wie geht es weiter? when the people sang their rhymes of young heroes brave and bright than the dark forces came brought the people endless pain. Love, love people have no fear because the Mystic Knights are here. Haha. I'm a member of the Kelly family, yeah. I'm Chris Kelly. Just like that, okay? Ich wollte es bisher nicht erwähnen, aber, ja. Deswegen werden meine Haare immer so lockig, wenn ich die lange nicht schneide. Deswegen probiere ich die Haare immer kurz zu halten. Chris Kelly klingt legit, oder? Ich habe kurz überlegt, ob es nicht sogar einen gab, der Chris Kelly hieß. Ich weiß es halt nicht. Die Family war so groß, kann eigentlich gut sein. La la la. Wenn es damals keinen gab, gibt es mittlerweile bestimmt irgendein Enkelkind namens Chris. Also, die Chancen sind groß. Gungaga? Okay. Wenn es so viele Kellys gibt, wenn man Kelly-Family eingibt, dass nicht alle dargestellt werden können und man auf mehr klicken muss. Ernsthaft? Oh shit, Alter. Das ist wie damals bei Adam und Eva. So ein bisschen Kelly hat wahrscheinlich jeder in sich. Jagd. Jagd ist immer gut. Boah, ich habe gerade so ein bisschen, ich habe gerade fast so ein bisschen Dschungel in der Nase. Kann es fast riechen. Die feucht-warme Luft. Überall riecht es nach Pflanzen. Kein Chris Kelly. Tja. Komisch, oder? Seid ihr die Jagd? Ach, man kann die Seile auch wieder hochklettern. Oh, cool. Okay. Quakophonie des Grauens. Oh shit, das ist ein Frosch. Lass dich nicht in einen Frosch verwandeln. Oh je. Minnesang, okay. Das ist auch ein Klassiker. Frostermann, hi, ne? Wir lieben Frosch. Wir lieben Frosch. Okay. Let's go. Keine, keine Females für euch. Küss mich doch. Die, die krassere Version vom Küss mich, Frosch, heißt, küss mich doch. Froschgesang, oh Gott, weg. Nein, oh Gott. Nein, weg. Die legen es auf jeden Fall sehr drauf an hier. Froschschlag, oh Gott. Junge, alles was die machen, ey. Alles was die machen, macht Frosch. Junge. Nein. 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 No. Oh. Küssen verboten, oh ne. Küssen verboten. Die Prinzen waren das, ne? Ich bin irgendwie perma-stumlocked. Help. Help. Ich will sie wenigstens noch analysieren. Jesus. Nutze die elementare Schwäche. Okay. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, wir starten den Fight und dann machen wir direkt Eis. So schnell es geht einfach nur Eis auf die Viecher. Ist er, bist du ein Frosch? Grüß sie. No, I'm cheering for you. Wow, das war verdammt schlecht. Gleich nochmal. Warte, haben wir nicht sogar... Hatten wir nicht irgendwas, was gegen Frosch hilft? Ne, ich hatte die Frosch-Dinger. Die uns direkt in einen Frosch verwandeln. Hier. Versetzt automatisch in den Zustand Frosch. Ich nehme an, das würde nicht helfen. Was ist am Lagen? Küssen hilft gegen Frosch. Okay, okay, okay. Eis. Nice, nice. Eis, nice. Nice, Eis. Okay, sobald, so gut. Okay. Red kann jetzt auch gleich wieder was machen. Eis, 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 Baby. Yeah, wunderschön. Okay, okay. Jetzt müssen wir nur noch jemanden schocken. Okay, okay. Wir kommen dem Ziel näher. Ich bin froh, dass man die nicht unbedingt alle drei gleichzeitig machen muss. Ist eigentlich sehr nett. So, okay. Dann machen wir es am besten so. Dass du... Normales Eis auf der Spie. So, jetzt ist der Schock anfällig. Okay. Fertig. Hahaha. The melodic nature of the Zing power is so intoxicating that other species of the gnome to fall under the Amphidex's spell. And pursue an unrequited love. And if you learn how to woo others like the Amphidex, you could defeat any enemy without a body. Yeah. And say I'm surprised. Farewell. Excellent work completing our power objectives. Mai, shut the fuck up. Können wir da raus? Ich glaube da ist... ich glaube da ist nix. Okay, als nächstes S per Kunde. Ach, wir haben noch keinen Schokobo, fuck. Das stimmt. Neues Gebiet. Neues Gebiet, neuer Schokobo. Hm. Wo könnte man denn hier eventuell ein Schokobo herkriegen? Guck mal da, wie weit wir schon gekommen sind. Da oben haben wir angefangen, da ist Midgar. Hier rüber, da rüber, dann übers Meer. Da sind wir da. Ja, und danach geht's hier nach links. Da geht's dann zum Cosmo Canyon. Dann gehen wir nach oben. Dann gibt's da auch die Stadt, äh... Cloud und Tifa herkommen noch. Also Nibelheim. Und danach kam, glaube ich... Die Stadt mit der Rakete, wo wir dann Sid treffen. Ich frag mich, ob der spielbar ist. Weil es fehlen ja auf jeden Fall, es fehlen noch Vincent und Sid. Und... Genau, sonst haben wir ja alle Charaktere jetzt. Und es wär ja komisch, wenn... Es wär ja komisch, wenn im dritten Teil niemand mehr dazukommt. Also es kann gut sein, dass die sich, ähm... Dass die sich, ähm, dass die sich Vincent und Sid für den letzten Teil aufheben. Wobei, also... Wir kommen ja auf jeden Fall bei der Shinra Villa vorbei. Das heißt, eigentlich müssten wir auf jeden Fall auch Vincent treffen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sie das machen. Wo kommen jetzt plötzlich diese Kinder her? Wie ich gerade... Ah, ja. Ich hab doch gerade einen Schokobo gehört. Schokobro, Schokobro. Pilzlagerraum. Let's go. Erstmal ein Pilz. Was? Was? Das war die einfachste Schatzsuche jeder... Aller Zeiten, ey. What the fuck? Die Kisten lagen einfach direkt da. Uh... Schokobro... Ich find's gut, dass wir überall so, so kleine Lichter rumfliegen. So kleine Lebensstromlichter. Frösche! Das war nicht so schlecht. Das war nicht so schlecht. Das war nicht so schlecht. Ist das eine Alternative Route? Frösche! Das ist für dich! Ach ja, wir hätten auch... Ooooooh. Wir hätten auch da lang können. Das ist aber auch, das ist auch ein Doodlesack, oder? Oder verhöre ich mich da die ganze Zeit? Es klingt so nach Doodlesack. Das ist ein sehr ungewöhnliches Wobei es könnte auch so ein Oder ist das ein Blas? Ein anderes Blas jetzt drin ist. Das könnte auch so eine Ja, ne? Warum würde man einen Doodlesack wählen Für Dschungelmusik? Das ist doch crazy. Oh, ich glaube wir folgen hier einfach Wir folgen dem Wasser. Folgen sie diesem Wasser. Yep. Und ich nehme mal stark um. Ja, da oben ist es. Ja, da oben ist es. Ja, da oben ist es. Ich finde, ich finde cool, dass sie jetzt die ganze Zeit ansprechen, dass sie, äh, hier Catchy nicht so wirklich trauen. Ich glaube, das habe ich ja, ich glaube, ich habe da gestern mich drüber unterhalten, so wegen, ich finde es komisch, dass sie ihm direkt vertrauen, weil er kommt ja buchstäblich von Shinra. Deswegen finde ich es cool, dass sie es jetzt irgendwie so ansprechen. So von wegen, oh, du hast doch bestimmt hier überall Wanzen und so und hörst uns ab und die kriegen doch jetzt bestimmt alles mit. Sie nehmen ihn halt trotzdem mit. So, who cares? Whatever. Kuh, das ist ne Kuh. Deswegen heißt es auch Kuh Charter. Analysis complete. I managed to extract the necessary data from the crystal. This should allow me to strengthen your materia. Nice. Aber wir haben die materia doch noch gar nicht. Chetly geht mittlerweile schon davon aus, dass ich einfach direkt schon den, das Summon gekloppt habe. Ja, ihr schafft das ja eh, also. Whatever. Ich denke halt direkt so an Braveheart und an Highlander. Das sind die Filme. Dann würde ich mal sagen, hier zu der Quelle. Ich finde es krass, dass dieser Turm sogar noch die Stelle hier freigelegt hat. Das Gebiet scheint wirklich sehr, sehr weitläufig zu sein. Am besten folge ich wieder dem Fluss. Vogel! Wuhu! 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 Was ist der da hoch? Vogel? Ich weiß ja, ich weiß ja. Ich hab's ja auf der Karte, Vogel. Ich seh's doch. Liebe des Planeten, oh yeah. Gunggogga! Hallo Cloud, ich bin's Chetly. Ich hab hier etwas zu erzählen, was keine so interessiert. Aber ich sag's euch trotzdem. Kein Chetly. Ich hab ihn wieder weggeekelt. Voll gut. Kein Chetly. Oh! Na bitte? Ich dachte, eventuell gibt's hier ein Schoko-Boat oder so. Aber die ist zu. Verschlossen! Hier schön die Materialien einsammeln. Vor allem die neuen Sachen. Kann ich da runter? Wohu! Okay. Die, 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 die. Der Fischteich. Drei Schätze. Einer ist bestimmt da oben. Mindestens einer. Zwei. Der dritte ist bestimmt ganz oben. Ah! Ah, da unten. Haha, okay. Ruby. Also ohne Witz. Ich glaube, es ist wirklich smart, wenn man einfach die ganze Zeit diesem Fluss folgt. Weil der führt ja anscheinend so ziemlich an allem Wichtigen hier vorbei. Und da ist ja sogar unser, unser Missionsziel. Was voll krass ist, ist die ganzen anderen Türme, die sind alle hier unten. Also wirklich fast schon so auf einem Fleck. Und der, der erste ist halt ganz hier oben, so richtig abseits. Das ist übrigens der Beweis, dass, ähm, der Schwanz von Red. Warte mal, haben die das echt so gemacht, dass der unter Wasser dann so. Das ist ja. Warte, wie komme ich hier raus überhaupt? Das ist ja, ja, das ist lustig. Die haben das wirklich so gemacht, dass der Schwanz unter Wasser immer noch glüht, aber halt nicht mehr brennt. Das ist ja lustig. Oh, warte mal, da ist ja was an die Wand gemalt. Ein Stamp. Scheint also ein Freund von Avalanche zu sein. Ahem. Ahem. Natürlich folge ich dem ganzen Ding flussaufwärts. Die Idee war aber gut. Torgans Gemüsebeet. Wer ist Torgon? Ah das ist ja auch cool gemacht. Guck mal hier so eine Art Bewässerungsanlage, so ein kleiner Damm. Ah, clever, ja, 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 okay, okay. Jetzt habe ich gerade Vollbox auf Sommer und dann schwimmen gehen. Also nicht zwingend in irgendeinem Dschungelfluss, wo wahrscheinlich irgendwelche Blutegel drin sind und sonst irgendwas. Wo einfach nochmal so schwimmen gehen, Schwimmbad oder so, Freibad. Red ist plötzlich voll der gute Schwimmer. What the fuck? Hallo. Habt ihr einen auf Delfin? Lustig, ist das die Ability von dem Dschungel-Chocobo? Und das ist was ganz Neues dann. Das sieht aus, als würden wir hier einen Chocobo bekommen, der springen kann auf diesen Pilzen. Das ist ja lustig. Ja, guck mal hier, Wald-Chocobo, die können mit den Pilzen springen. Und da oben ist ne Materia. Boah, das wird lustig, okay. Ne komplett neue Art, die gab es im Original nicht. Gungaga? Ist dies Gungaga? 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 Oh nein, Menschen. Was ist das? Ist das Cessny? Ist das Cessny aus aus hier Dings? Crisis Core? Die Hafer bestimmt. Oh nein, nur um es zu studieren. Wir sind auf einer kleinen Feldruppe, du siehst du? Wiesch. Gut dann. Willkommen zu Gungaga. Gungaga. Ja. Krass, okay. Best Waifu. Sie ist in Crisis Core, by the way. Ma'am. Ja, cool, sie lebt also noch. Ja, cool, okay. Bei ihr war es ja völlig unklar, also außer das gab es in irgendeinem Roman oder so, die habe ich halt nicht gelesen. Bei ihr war natürlich völlig unklar, was mit ihr passiert ist nach Crisis Core. Cool. Ich mag auch die langen Haare. Ach, komm, komm, ist es Gungaga, Mann. Ich will Gungaga. Nein. Komm schon. Defy Destiny. Folge nicht dem Blut. Die Titelmelodie, by the way, aus Crisis Core. The price of freedom. Ooh. Au. Oh. So, what is this? Three years ago, the reactor here suffered a catastrophic failure. It was old, and couldn't handle the stress. It needed maintenance, which Shinra never provided. And then one day... So, they're cheap as well. This was the company's way of trying to make amends. I'm surprised they even made the effort. And thanks to the hard work of our people, Gongaga rose from the ashes, right? That's nice and all. But one memorial doesn't buy absolution. You guys must be tired. I know you've got things to do, but if you wanted to rest up... Wouldn't they say no? My house is just down there. Got an open door policy, so feel free. Okay. Woohoo! Don't mind if I do! I'm, uh... Gonna take a look around. Ooh. Ooh. Get some rest, okay? Okay. Also wirklich entziffern kann man da nix, ne? Vor allem... Das, was hier links steht und das, was hier rechts steht, ist genau das gleiche. Those Gongaga mushrooms you found? They're all yours if you want them. We got more than our fair share. That Sisney lassie was right, you know? If Shinra had wanted to, they could have done something about the reactor. But instead, they looked the other way. Willful negligence killed those people. And everyone thinks Avalanche are the bad guys. Sad. Das ist halt... Das ist halt gerade vor allem cool, weil er ist ja... Also... Hier, die Katze wird ja gesteuert von Reeve. Und Reeve ist ja quasi so der... Chef bei Shinra vom Wiederaufbau-Komitee. Also sprich, er war wahrscheinlich der Typ, der, ähm, hier auch die Gedenkstätte gebaut hat. Nehme ich mal an. Das geht ihm wahrscheinlich dann, äh, natürlich nochmal extra nahe hier. Die anderen wissen das halt noch nicht. Oder hübschi. So ist das alles gut an. Soll ich an meine Naas ich mit einer Gungaga war, kann aber nicht so schwierig sein. Sieht so aus, wie ein Gungagga, kann sich sein, wie ein Eidugum. Für mich und meine Nose, die Unterschiede ist bl тaines. Aber für jemanden wie du... Na, wort wir herauskommen. Wie von diesen Lewen glaubst du sie? Err. Welches ist der echte Gonger-Pilz? Naja, also ich mein Der Linke ist der einzige, der anders aussieht, oder? War falsch, okay Oder? War es falsch? Ich schätze, es war falsch? Ich weiß halt auch nicht, wie man das irgendwie Woher soll man das wissen? Wurde das vorhin gesagt und ich habe nicht aufgepasst? Wahrscheinlich ja Wann war Autosave? Warte Wann war Autosave? Vor 3 Minuten? Ja, okay, okay Safe Scum! Moment, Moment, also Moment Dann sind wir ja bestimmt an einem dieser Pilze vorbeigekommen Vorhin Ich meine, ich meine auch Ah, fuck Das hier vielleicht? Sind das hier die Gonger-Pilze? Ah ja, okay Okay Also das sind die Gonger-Pilze, diese Hm Das müssen wir nur rausfinden, welche davon Ist da oben ein Baumstumpf? Also anscheinend, anscheinend wachsen die an Baumstümpfen Gongaga Oh, warte Die einen sind Ah, fuck Die einen sind ein bisschen Scheiße Die einen sind so ein bisschen Die haben so ein bisschen andere Farbe Okay, warte Bei den einen sieht man die Genau, die einen haben so Punkte So weiße Okay Okay, wir schaffen das, Chat Wir schaffen es Ich werde jetzt ein Pilzexperte Es sind die, es sind die ohne diese krassen Punkte Okay, also ganz rechts die Das muss jetzt aber stimmen Oder? Ja Speichere noch Ja Die Ja 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 BARA Ja 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 Das ist relativ Ja Ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Unterschied gemacht hat jetzt, was seine Affinity anbelangt oder ob es halt komplett gleich ist. Hauptsache, man macht diesen Dialog mit ihm. Aber ich wollte trotzdem mal wissen, welcher davon richtig ist. So, Chatly ist auch wieder da, habe ich gesehen. Was gibt es denn Neues? Gestein. Achso, das ist ja, okay. Es ist Quake. Okay. Erhöht Attacke und Effektdauer von Magie. Uh. Oh, ich glaube, das Ding ist neu. Limit Union. Überträgt die Limitenergie eines Gefährten auf die eigene Limitleiste. Lädt nach Einsatz einer Synchrofertigkeit die Synchroleiste des Unbeteiligten. Gefährt ein wenig auf. Oh, das ist alles gar nicht mal so kacki. Vor allem das hier finde ich krass, dass man eine längere Effektdauer hat. Also nicht mal, dass es mehr Attack ist, sondern dass es längere Effektdauer ist von zum Beispiel Buffs oder so. Das ist zum Beispiel ziemlich geil mit Barriere auf dem Main Tank. Dann kann man nämlich Barriere auf den Main Tank machen, der halt immer angegriffen wird und das würde dann auf letzter Stufe einfach mal 25% länger gehen. Das ist nicht schlecht. Gefällt mir. Ich glaube, ich hole mir erstmal so ein Gestein, weil das haben wir ja noch nicht. So, Kampfsimulator. Hier haben wir natürlich die neue Esper. Oh, ich habe auch noch gar nicht die Gongaga-Dinger da gemacht. Äh, nicht Gongaga, sondern die Coral-Dinger habe ich noch gar nicht gemacht. Das kann ich aber wieder so für mich alleine machen. Soll ich mal die Esper probieren? Ja. Wir gucken mal, wir gucken mal, wie krass das Ding ist. Die Kuh. Schaffen wir die Kuh. Und es ist auch, okay, es ist auch genau, wie ich es noch in Erinnerung habe. Kann das eigene Element in Feuer, Eis oder Blitz ändern. Also das ist quasi, das ist quasi ein Summon, was sowohl Feuer, Eis als auch Blitz-Damage gleichzeitig macht. Dementsprechend kann es teilweise natürlich sehr gut sein. Oder teilweise heilt es auch die Gegner. Wird bei Ausnutzung elementarer Schwächen durch hinzufügen einer bestimmten Schadensmenge schockanfällig und verliert das eigene Element. Okay. Sprich, ich muss warten, bis der das Element ändert. Dann muss ich das Gegenteil davon auf ihn casten. Und wenn ich das nicht mache und fahle das quasi dreimal, dann macht er Trisaster. Und das ist wahrscheinlich dann ultra krasser Damage. Das ist Blitz. Gegen Blitz machen wir. Luft. Ja gaga! Ach so, es reicht nicht nur, okay, ich muss nicht nur das Element auf ihn machen, ich muss ihm auch eine bestimmte Menge an Schaden machen, damit er das Element verliert. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Nee, never mind, ich habe gefehlt, weil die Blitze schießen immer noch. Oh oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, Basti, hallo. Oh, impressive. Feuer, okay, das müsste ja Eis sein, ja. Mit mir! Mit mir! Ich zeige dir, was ich tun kann. Einmal einen Schaden! Das ist nicht gut. Du kannst es machen! Das ist nicht gut. Er ist nicht gut. Ich geh, das nicht besser. Ich ist nicht näher, wie ich das zu tun habe. Ich bin gleich. Aber jetzt, du bist auf hier. Ich verstehe, das auch. Du bist hier. Okay, Shock Das war weitaus weniger, als ich hoffte Da ist das Eiselement Und jetzt kastet der Trisaster und das wird wehtun Phönix, schnell noch einen Phönix rausholen Ich versuche mich noch ganz schnell irgendwie hochzuheilen Aber ich gehe davon aus, dass er mich jetzt killt We're turning to the planet so soon Okay, ähm, ja Ich nehme an, ich konnte nicht genug Damage austeilen Dass ich eben die Elemente weggenommen habe Deswegen hat er dann am Ende halt diesen fetten Move gecastet Okay Es ist wieder so ein Fight Alles klar Okay, dann warten wir einfach noch Eine Schwächung länger Ich bin auch mal ganz kurz auf Toilette Gleich wieder da Mal ganz kurz auf Das ist dein Freundlich von der You-Koalition, um zu schauzen, um zu schauzen, zu schauzen. Du kannst nicht immer zu schauzen, Leute. Das ist der G.Y.C., mit Ihnen zu bleiben, von Monstern zu bleiben. Anruhe alle Fiend-Aktivität zu einem Mitglied der Koalition sofort. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zugabe. Und dann geht er einfach raus. Das Restaurant hat mich geholfen, um ein paar Fotos für sie zu benutzen, um in ihrem Menü zu benutzen. Ich sollte die frischsten Gungaga-Mushrooms finden. Ich werde Pics von der Szene bekommen, während ich hier bin. Mach die meisten von der Möglichkeit und all das. Lass mich wissen, ob du nichts findest. Okay. Gungaga. Oh, ganz da unten? Holy shit. Warum sind denn ganz da unten nochmal Pilze? Der Traum von der perfekten Waffe. Mein Ziel ist es, die ultimative Waffe zu bauen. Aber davon bin ich noch weit entfernt. Irgendwas fehlt. Mist. Das kann es doch nicht schon gewesen sein. Die. 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 Du wieder? Blutgraaf muss ich dafür sein. Das klingt irgendwie sehr nach Dracula. Der Blutgraf. Wunder, was kind of stuff we'd end up growing. Onions. Perfect fit for you. Oh? And what makes you say that? Cause you cry a lot. You're a funny clown. Order around you. Stick around. Don't forget to try some of our home. Treiben sich denn die Damen rum? Right. A balanced folio is key. Like a diet. Please browse at your leisure. I'll be right. Remember, you can't judge a book by its cover. Give them the proper love and care. Stay close now. Old man's napping, so here I am. Sorry about that. Was catching up on sleep. Okay. Immer noch alles gut, was die Waffen anbelangt. Da haben wir auch noch alle gefunden bisher. Sleep waits for no man. Booster pack. Have yourself a good day and don't be a stranger. What's the matter, Oscar? Do you want to play a game? Ah, you there. Okay. Wir haben schon gegen einen Hund gespielt. Jetzt spielen wir gegen einen Chocobo. Natürlich. Warum nicht? Das ist Oscar the Swift. Er ist ein Watch-Chocobo. Ein großer Queensblood-Fan, too. Er wird krank, wenn er nicht nur ein Spiel im Tag spielen kann. Also, wie geht's? Er wird nicht nur ein... Er wird ganz gut gehen. Er wird nicht nur ein Spiel im Tag eingehalten. Er wird nicht nur ein Spiel im Tag. Das ist ein Spiel. Er wird nicht auch ein Spiel. Er wird nicht nur ein Spiel? Aber schöner ja, wenn er nicht so gut ist. Wenn du jetzt ein Spiel simisch verzehaut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht aber gar nicht gut aus, dude. Das war's für heute. 15 zu 8. 14 zu 10. Ich gehe mal davon aus, dass ich verliere. Ich gehe mal davon aus, ich gehe mal davon aus. Hallo, Defi. Lieb, dass du hier bist. Auf den schönen Sonntag. Da, 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 da. Ich gehe hier hin. Dann nimmt er wahrscheinlich die Mitte jetzt. Wenn er die Mitte jetzt nicht dicht macht, dann hat er ein Problem. Okay. Ja, wobei. Noch nicht unbedingt. Okay. Okay. 25, höre ich. Mein Oskar ist gut. Ultra-Intelligent-Schokobo. Oh ja, toll. Ja. Okay. Ich mag die, ich mag die Debuff-Karten nicht. Die dann irgendwie die Karten noch zerstören teilweise. Das ist fies. Das ist fies. Du, Affe. Oh, na, hat er sogar noch. Ei, 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 ei. Wird hier immer schlimmer. Du, Affe. boh 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 Nein, das ist jetzt schon wieder so, dass ich dir fast nichts machen kann. Jetzt legt er wahrscheinlich ganz vorne irgendwas hin? Ja. Scheiße. Ist mir natürlich der Schokobutter besser gewesen. Ja war klar, jetzt tötet er wieder so ein Vieh da vorne. Ey, diese Debuff Karten ne? Okay. Ich muss cleverer spielen. Okay. Okay. Das ist gut. Das ist auch gut. Okay. Wenn er jetzt da unten ne Karte hinlegt, die links neben ihm umschreibt, dann hab ich gewonnen. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh, er killt seine eigene Karte. Okay. Ah. Das ist natürlich auch interessant. Was jetzt? Oh Gott. Okay. Das ändert nochmal alles. Äh. Ja so? Okay. Ich glaub wir haben gewonnen. Ja. Das war's. Das war's. Oh, er hat ne... Oh, er hat ne... Oh, der hat so ne Drauflegkarte. ist vorbei. Hahaha. Ist vorbei. Außer er hat noch ne Drauflegkarte. Hat er. Junge. Chill doch mal deine Base. Das reicht jetzt. Okay. Hahaha. Stimmt, ich habe auch eine dieser Drauflegkarten. Hab ich ganz vergessen. Das ist glaub ich sogar die, die er benutzt hat die ganze Zeit. Er setzt eine verbündete Karte und erhöht die Stärke von verbündeten Karten. Um den Wert der zerstörten Karte. Hahaha. Den haben wir ja auch schon besiegt. Haha. Den Hund. Jaja. Der Hund. Da hinten ist noch jemand von uns. Mir fehlt eine Person. Da unten ist eine Waffe. What the fuck? Äh. Da hinten ist eine Treppe. Da ist einfach noch ne Waffe. Das ist ja krass. Ich hab grad erst die für Yuffie bekommen. Schokobo. Chokobo 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 Ch Oder Schatzsuche. Schatzsuche. Schakobuddies. Ich bin der größte Schokobo-Fan aller Zeiten. Definitiv. Oh, hier kann man sogar hochwertige Ungeheuerhaut kaufen. Ich gucke mal ganz schnell, ob ich noch irgendwas davon brauche für Craft. Jägertrank. Jägerspray. Hyper Hyper. Oh, jetzt kann man ja auch die Hexensachen hier Craften. Aber Liebe des Planeten kann ich noch nicht Craften, ne? Ne. Leider sind die schon schlechter als das, was ich hier habe. Herzliche. Hier, hochwertige Ungeheuerhaut. Okay, ich bräuchte noch 5 dafür. Reif der vollen Kraft. Stärke plus 10%. Kann ich mal so schlecht eigentlich. Chokobo, 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 Chokobo. Ja, ja, Schnauze. Reif der vollen Kraft. Bam. Tja, da fehlen jetzt nur noch die Ausrüstungsgegenstände hier. Das Hyper. Kann ich mir hier auch eine ausleihen? Bitte? Darf ich bitte? Nein? Ich brauche Schokobo. Schokobo. Da ist Aerith. Nehmen wir an, das war das Haus von Zack. Aber wenn hier Aerith ist, wo ist denn Tifa? Oh, die ist bestimmt hier beim Klavier. Children of the Planet. Children of the Planet. Oh, das ist ja. Oh. Oh. Pilaf, I guess. Was ist in das wieder? Nun, Reis, ein bisschen Soup-Stock Und was anderes? Du weißt, es ist besser, wenn du es nur probierst. Ich werde es dir manchmal machen. Sehr gerne. Gongaga. Oh oh. Leute, ich glaube, es ist wieder an der Zeit. Oh oh. Oh oh. Wir erinnern uns. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, ein Drei-Sterne-Stück und es war schon so krass. Okay, es ist wieder Drei-Sterne. Okay, okay, okay. Eine Minute 47 mit 145 Noten. Joioioioi. Okay. Fuck, das war schlecht, 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 schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, was ist das denn alles? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es macht aber Spaß zu spielen, das Stück hier. Wie verspielt. 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 eigentlich müsste ich. Wie verspielt. Wie verspielt. Wie verspielt. Wie verspielt. Wie verspielt. Ich spiel jetzt zum ersten Mal. so eine Überblick. So eine Überblick. super. Wie verspielt. Überblick. Karte. Wie verspielt. Gibt es noch einen Gegner hier? Weil wenn nicht, dann ne. Dann kann ich die andere Frau ja auch noch gar nicht herausfordern. Ja, dann ist das Level zu hoch. Schade. Ach ja, Iris. Waifu. Was ist das Haus? Ja. Uh-oh. Are you alright? Fine. What did you say his name was? Zack. Zack Fair. Zack? Sorry. No. No. Our son just up and left one day, determined to chase his dreams. At first, he wrote us all the time, but... When I first saw you, I thought, maybe this is the girl he was always talking about. Sorry if I made you feel uncomfortable. I don't know. I was the only woman in his life. Charming guy like Zack. Oh. Wherever he is, I hope he's enjoying himself at least. They do say no news is good news, right? They sure do. Say, if you do happen to see Zack, would you tell him that we miss him and to please get in touch? Of course I will. We should probably be heading back, don't you think? What? Already? At least have something to eat before you go. Thanks, but we don't want to keep our friends waiting. Another time, then. Ziemlich strange. Sorry. Every time someone says they're from Midgar, we can't help but hope that person knows our son. A couple of bumpkins like us often forget it's a big city. All this talk of another war has me worried. But I know I'm not the only mother afraid for her son. Hey. That wasn't very nice of me. You remember me telling you about Zack, right? At the playground? How he was my first love? Yeah. This is where he grew up. And now that I'm here, it's a lot. So when I saw someone who looked like him, I don't know, I had to say something. Didn't even occur to me to think how they would feel about it. Pretty selfish, huh? Waltzing in there, stirring up memories. I don't know. They didn't seem to mind. Sure they did. But, thanks. So, this Zack guy, you still like him? Wow. You went there, huh? Maybe. He's never given me a reason not to. Timing. Any news? Nothing. No calls, no letters. Oh. Leaving you out in the cold like this? Forget about that loser. He's a soldier, right? Then I hate to break it to you. But if he's been gone this long, the man is di- Cloud? Sorry. I'm gonna go lie down. Well, that clears that up. He definitely doesn't know who Zack is. and he desperately doesn't know Another time. Use. Ah, ich dachte Ich dachte, tiefer wäre jetzt nochmal rein Mann, das ist so Ich weiß nicht, wenn was abgeht Ich frage mich halt die ganze Zeit Also ich meine, was wir ja definitiv schon bestätigen können, mehr oder weniger Ist, dass es ja irgendwie zwei verschiedene Timelines gibt Weil es ja wirklich auch zweimal Eris gibt Zweimal Cloud Und zwei Holy Materia Von denen eine aber nicht die Holy Materia ist Sondern irgendwie durchsichtig ist Mittlerweile habe ich echt Probleme irgendwie so Mir darüber im Klaren zu sein Ob das wirklich alles Die Leute sind, die wir kennen Oder ob wirklich einer vielleicht Keine Ahnung, so richtig dumm gesagt Aber so Sephiroth in disguise ist quasi Ich bin so, so bored Bored right out of my brain Bis zum Aufbruch Bis zum Aufbruch Und noch viel weiter Mondstar 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 Ah ja, fuck Ich habe noch die Waffe vergessen Hoffentlich kann ich die noch schnell holen Wo war die Treppe? Da hinten Ist... Nein Let me guess Ich darf nicht Fuck Komm, dann gebe ich dir jedenfalls Zumindest schon mal deine Waffe Die Adlerschwinge Multiplizierung Alter, kacke Bunschinn Er schafft einen Doppelgänger Der eine Zeit lang Genauso handelt Wie das Original Uh Das klingt Ziemlich mächtig Das klingt nach Potential Eis und Blitz Oh, kritische Chance Und kritischer Schaden Das nehme ich Das klingt nach Hey, du hörst du das? Ja Ja Das muss ein Waffen Hm Wait Do you know Something About this? Good Say that Ja Ja Du hast es gehört For ein paar Tage Ja The Coalition Tried To Investigate Die Plotgeister Die Plotgeister Well, this just got more interesting So When do we leave? You young lady Are on guard duty Oh, come on I just want to help out Be a part of the team Yeah Had you been a real team player? Keep an eye on her for us I'll do my best Let's just get in Take a look And get out Figure you, me, Kate and Red Can do that easy Agreed Agreed Okay Boy time Let's go You guys hold down the fort Can I just noch schnell Bitte Die Waffe Holen Hier geht's runter Ja, ja Okay, okay Ah Ah Pardon Ich glaube Hier rechts Ja Okay Ich hab's mir fast gedacht Ah Gegner mit einer Mogri-Plosion treffen Versetzt den Mogri in einen Zustand Der beim Absteigen Eine Explosion auslöst Okay Man muss sie nur damit treffen Okay Das ist wenigstens relativ easy zu machen Nice Und das hat Null Slots Einfach null Glück 100% Glück 100% Okay Warte, dann mach ich aber nicht Äh, dann mach ich aber nicht mit Barrett Sondern dann mach ich Red noch rein Das bessere Gear Das ist etwas mit dem Reaktor, nicht wahr? GONG GAGA GONG GAGA Ja Hier durch? Ne Anscheinend nicht Schokobo hab ich auch noch nicht Vielleicht krieg ich einen Schokobo gesponsert Wenn wir hier dieses Problem mit dem Reaktor lösen Was die dann quasi aus Dankbarkeit geben sie mir an Schokobo Was ist ein Whisperer, wenn sie zu Hause ist? Ein Arbiter von Feet Sie erscheinen, wenn die Destiny umgekehrt werden wird Und sicher ist, dass sie ihren Ursprung behalten wird Ich dachte, dass wir es bereits verändert haben Ich dachte, dass wir es bereits verändert haben Wir hatten das Schicksal ja mehr oder weniger geändert Indem wir da im letzten Spiel Sephiroth am Ende bekämpft haben Weil jetzt sind die Viecher ja wieder Am rumspinnen Ich frage mich warum Nein Best do it right Nice Nice Ja und da ist noch ein Turm, den nehmen wir schon mit, sofern ich das überhaupt darf. Sieht aber gut aus. Ja. Ja komm, explodier. Explodier! Oh. Okay. Okay. Schätze, das hat funktioniert irgendwie. Dieser Charakter, man. Der ist sehr, sehr, sehr wild. Der hat's auch direkt gemeistert. So random. So fucking random, man. Oh. 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 Ich bin aus dem Lurk raus, was geht? Jawohl, was geht? Wir sind im Dschungel und alles ist sehr verwirrend. Alles ist extrem verwirrend. Und Aerith hat uns gerade erzählt, dass sie immer noch auf Zack steht. Und jetzt ist irgendwie alles sehr strange und very awkward. Und praktischerweise wird aber der Reaktor gerade von Moiren angegriffen. Weshalb wir jetzt gerade abgelenkt sind. Oh, da ist... Hier sind Hasen, da ist ein Item versteckt. Aber ich habe noch keinen Schokobu. Das ist ja das Verrückte. Sisney kann die Viecher sehen und Rufus ja auch. Das wissen die aber auch noch nicht. Also was ist die Logik dahinter? Wieso können manche die Viecher sehen und manche nicht? Was hat denn Sisney gemacht, was andere Leute nicht gemacht haben? Dass sie mit Zack unterwegs war? Maybe. Wo ist der Reaktor eigentlich? Da! Oh mein Gott, der ist ja ultra weit weg. Marco, freier Augen, maybe? Ne, 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 da konnte es ja fast jeder sehen. Ne, das kann ich sagen. Ja, komm, lass's kloppen. Let's klop. Weis ist gut. Okay, wir müssen es extrem schnell besägen. Damit es sich nicht heilen kann. So, geschockt, schauen wir es. Und es soll keines seiner Entwicklung vollenden. Dann mach ich das mal so. Und so. Die sind ja richtig explodiert. Eine andere Art von Marco, das natürlich im Körper erstellt wird und dadurch die Sichtbarkeit. Was? Ne. Ne. Wenn das stimmt, dann... Dann... Weiß nicht. Aber das klingt ein bisschen zu weit hergeholt. I don't know what that. Ey, ich weiß nicht, ob ich hier weiter will, oder... Na, komm. Der Dschungel ist riesig. Ich hätte nie erwartet, dass die Region so groß ist. Das ist echt crazy. Irgendeine Material... Ne, glaube ich nicht, weil... Sisney hat keine Material, soweit ich weiß. Ich glaube, es hat irgendwas mit... Es hat irgendwas mit bestimmten Charakteren zu tun. Und dass die Leute mit... Die mit den Charakteren irgendwas zu tun hatten. Dass die dann irgendwie auch... Die Dinger sehen können, oder so. Weil diese Moiren, das sind ja die Wächter des Schicksals. So werden die genannt. Also vielleicht irgendwelche... Vielleicht ist es wirklich so, dass die Leute, die irgendwie für das Schicksal... Gefährlich sind. Also die theoretisch das Schicksal irgendwie verändern können. Dass die dann quasi automatisch auch diese Moiren sehen können. Das würde dann nämlich auch erklären, warum Rufus Shinra... Der logischerweise den krassesten... Den längsten Hebel quasi hat. Mit seinem krassen Konzern. Dass der die sehen kann. Und natürlich halt auch die Helden und so. Und bei Sisney wäre halt die Erklärung, dass sie halt was mit Zack zu tun hatte. Wobei es ist halt auch... Es ist komisch. Es ist alles sehr komisch. Wir müssen da echt auf die Erklärung warten. Es ist alles sehr... Mysteriös. Sie ist Experiment 626 erschaffen von Jamba Jakiba. Ah, ja. Jetzt wo du es sagst. Ah, da oben ist die Kölle. Aber das ist echt gut gemacht. Also... Ich bin richtig angefixt rauszufinden, was hier wirklich abgeht. Das haben sie gut hinbekommen. Wie komme ich denn da hoch? Wie lang? Ist sie irgendwie nach oben? Äh... Vogel? Vogel? Hier langer. Oh, schau! Ich dachte, ich wäre runtergefallen. In der Mythologie hat man die Mordierenden gesehen am Wendepunkt des eigenen Schicksals. Hey, das klingt... Das klingt doch passend. Wo die meisten Stränge in andere Stränge ziehen. Okay. Das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt gut. Cisney hat ja gesagt, die kann diese Moiren schon seit ein paar Tagen sehen. Also, weit bevor wir hier angekommen sind. Also, warum? Warum ausgerechnet sie? Bisher hat meine Erklärung super gepasst. Aber jetzt, wo sie dabei ist... Vielleicht denke ich da auch viel zu krass drüber nach. Vielleicht ist es gar nicht so. I don't know. Hier ist der Synthese-Chip. Äh... Ja, gutes Problem ist, ich habe keinen... Ja, ich habe keinen Schokobo. Das heißt, wir können das noch gar nicht machen. Ja, komm. Lass einfach hier zum Reaktor. Das wird uns dann wahrscheinlich auch automatisch unseren Schokobo bringen. Ah... Leute mit Kontakt zu Zack. Dann müssten es aber auch weitaus mehr sein. Und ich glaube, Rufus hatte nie Kontakt zu Zack, oder? Genauso wie... Genauso wie Barrett. Barrett und Red hatten nie Kontakt zu Zack. Aber es kann gut sein, dass es so ähnlich funktioniert. Dass es halt mehrere... Mehrere Leute gibt, die sowas auslösen. Also bei uns war es ja definitiv Aerith. Weil Cloud konnte die am Anfang ja auch nicht sehen. Cloud konnte die erst sehen, nachdem er Aerith getroffen hat. Nachdem sie ihn quasi an der Hand so gepackt hat. Es ist weird. Also ich bin mal gespannt, ob es da wirklich so eine... So eine hundertprozentige Auflösung gibt, wie das genau funktioniert. Es wirkt sehr verworren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das einfach so schleifen lassen und nie erklären. Also irgendwann kriegen wir auch hundertprozentig, ich hoffe es passiert noch in dem Spiel hier, kriegen wir hundertprozentig eine Erklärung, was da wirklich abgeht. Und es wird mich nicht wundern, wenn das auch gleichzeitig dann die Erklärung wird für diese unterschiedlichen Timelines. Jetzt, wo es quasi zweimal Cloud gibt und zweimal Aerith. Da geht es rein. Genau, an Sephiroth kann es eigentlich nicht liegen. Sonst hätte Cloud die auch schon sehen können, ja. Außer... Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Sephiroth ist auch immer so direkt in deinem Ohr so drin. Komm, Cloud. Es wird Zeit. Der Himmel über Gongaga. Nee, nee. Na gut. Ja. Nee, nee. Echt. Nee, nee, nee. Ruby Weapon ist ja... Ruby Weapon hat nix mit Shinra zu tun. Ruby Weapon ist ne... Das ist ein Wesen, geboren aus dem Planeten selbst. Ich dachte auch kurz an Ruby Weapon, to be honest. Ah, guck mal da, runtergesetzt. Haha, den kaufen wir uns. Sehr gut. Ich dachte auch erst dran, weil Rot und Spitz und so. Aber nee. Die haben ja nix mit Shinra zu tun, die Dinger. So, dann kriegst du auch erstmal einen Banditenreif und dann kriegt... Wer hat denn den schlechtesten? Yuffie und Ketseth haben die schlechtesten. Okay, Yuffie noch ein Abyssos. 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 Sos. Sos. Oh ja, effizientes Blocken ist für ihn ja auch gut. Aber das ist nur eine Theorie, eine Game-Theorie. Oh nein, küss mich. Ich küss mich, küss mich. Knutsch me. Da ist noch eine Waffe. Wir finden die ganze Zeit neue Waffen. What the fuck, oder? Kristallschwert. Okay. Nur zwei Materia Slots? Oh wow. Dafür ziemlich mächtig. Ende mit Schrecken. Ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Verbraucht zwei ATB-Einheiten. Hohohohohohohoho. Oh boy. Scheiße. Okay. Dann mach ich den zweiten TP-Boost. Mach ich nochmal raus. Und noch eine muss raus. Ach, scheiße. Vielleicht mach ich echt den FP-Boost weg. Ja, nur so lang, nur so lang, bis ich das Zeug hier gelernt hab. Ach, nur zwei. Ah, fuck. Ich muss noch was wegmachen. Ah, ey. Das wird ja richtig eng hier. Fuck. Ja, wisst ihr, was ich denn mache? Dann geb ich Red die Analyse. Und schmeiß das hier raus. Dann machen wir das so. Mann, nur zwei Slots in der Waffe. Das ist richtig, richtig doof. Oh, aber die Werte sind richtig hoch und diese Fertigkeiten. Ich glaub, was ich machen sollte, ist kritische Treffer von Waffenfertigkeiten. Das ist nämlich 10% höhere Crit-Chance für Fertigkeiten kombiniert mit dem Schaden. Plus 10%. Ja. Oh, wow. Das heißt, unsere ganzen Waffenfertigkeiten werden jetzt extrem viel kritten und mit den Crits auch super viel Damage machen. Tifa sollte übrigens den Reif der vollen Kraft kriegen für noch mehr Damage. Junge, physische Attacke 240. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Neues Schwert. Das sieht voll nach FF-14 aus. FF-14 Crystal Tower. Okay, boys. Let's do this. Da sind sie, die Muiren. Und wenn die da lang gehen, geh ich hier lang. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Hier, keep it together. Give'em hell. Leave it to me. Ha, Ignite. Das ist ein Problem. Absura? Hang back. Es ist jetzt. Got'cha. Get your ass out of here. Das wird's tun. Ein Saphir. Warte, ging's da weiter? Der Karte sieht so aus. Achso, man kann wieder... Ja, okay. Ah, wo seid ihr? Es ist immer so viel, wie ein Katt fährt. Es ist nur ein bisschen Wasser. Er ist ein Kack. Es muss immer so viel sein. Wow. Das Damage-Potenzial von dieser Waffe ist hoch. Was bist du denn? Error. Insufficient Power. Okay. Wir brauchen Strom. Kabel. Äh... Äh... Steckdose irgendwo? Ach, muss ich das da vorne einfach reinstecken? Wait. Ist das so easy? Okay. Okay. Rerouting Power. Wink, wink. Wink, wink. Wir Away. Wink, relatable. Wink, Nummer 1. Und nicht zurück. Wo lang? Hier lang? Ist da eine Boa-Kontrolle? Stimmt, jo. Es ist schon... Jo, stimmt. Das sieht ein bisschen aus wie das Moonlight Greatsword. Stimmt. Haha. Tatsache. Moonlight Greatsword. Moonlight Greatsword. Moonlight Greatsword. Moonlight Greatsword. Moonlight. Du, 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 du. Was seid ihr denn für Feigler? Da hinten sehe ich doch... Ist das eine Truhe irgendwo? Ja, da hinten ist eine Truhe. Aha. Uns entgeht das doch nicht. Was hast du denn für Feigler? Reif des Weisen. Nicht so meins. Was for ihn? Du, 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 du. Ja, gerade bei Red ist es ja doof, weil der hat ja schon so viel. Also wenn, dann höchstens für Barrett. Ja, gerade bei Red ist ja. Ja, gerade bei Red ist ja auch so viel. Ja, gerade bei Red ist ja auch so viel. Ja, gerade bei Red ist ja 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 so viel. Ja. 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 Haken hoch, aber... Wahrscheinlich muss ich da oben irgendwas aktivieren, drücken, whatever. Das sieht doch schon mal gut aus. Haken hoch, wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom, oh ja, wir brauchen Strom. Da ist ein Kabel, doch ja, das Stromkabel ist nicht lang genug. Haken hoch. Fuck, 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 fuck. Haken hoch, fuck, fuck. Und so kommen wir auch zu der anderen Waffe. So, für wen bist du was? Das ist für Red, ein goldenes Halsband. Ein goldenes Halsband. Mordsmäßige physische Attacke. Leert die Recherleiste und heilt die TP aller Gruppenmitglieder entsprechend. Uh, nice. Und es hat sogar noch einen Slot. Das ist mein Upgrade. Let's go. Uh, ATB Boost bei Kampfbeginn ist auch geil. Und deine Recherleiste schneller voll. Boah, was hab ich denn noch für ihn? Boah, was hab ich denn noch für ihn 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 noch für ihn? Dann theoretisch könnte ich ihm zum Beispiel Stein geben. Oder ich geb ihm den, ich geb ihm jetzt den FP Boost. Perfekt. Jetzt muss ich halt nochmal hochklettern, aber das ist schon okay. So, dann müsste ich jetzt auch das Stromkabel einfach wieder reinstecken können. Komm, ist die Frösche her? I don't know. So, ström, ström, ström. Ich kann den Wasserpegel einstellen? Kann ich jetzt entscheiden? Oder macht er das einfach, wie er denkt, dass es so richtig ist? Okay. Anscheinend muss ich nix einstellen. So, ist das Wasser jetzt höher? Ja, ne? Ja. Okay. Plansch. Wieso, habe ich noch irgendwas hier vergessen? Ne, ich glaube nicht. Ne, sieht gut aus. Und weiter, und weiter geht es in den Re-E-Taktor. Zephyroth. Zephyroth. Nein, Mann. So, wenn wir den jetzt irgendwie schocken können. Ja. Ja. Ich probiere es mal einfach so einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das dann zählt. Zählt anscheinend nicht. Ist das alles? Ja, das wird hart. Ich muss es dann wirklich machen, wenn jemand geschockt ist. Ja, genau. Es hat so viel Schaden gemacht und nicht mal im Schockzustand. Naja, also im Schockzustand ist es ja dann noch stärker. Es war wirklich nur auf einen ganz normalen Gegner. Ungeschockt. Äh, ja, komm. Das nehmen wir mit. Ja, jetzt gibt es noch einen Krokodil am Reifen, ein bisschen billiger. Ja, komm. Dass jeder von uns irgendwas Aktuelles hat. So, da liegt noch ein Material. Was könnte es sein? Zerstörung. Habe ich mich hingesetzt? Ja, habe ich. Oh, shit. Oh, shit. Would you look at that. Oh, shit. You seeing this? Since the plant went offline, the whole place has been filling up with Mako. Das bedeutet, dass der Planung nicht fertig ist. Wir waren recht, die Reaktoren auszulassen. Ich würde nicht so weit gehen. Wir gehen nach Arbeit. Es ist zu viel Marco hier. Oh, oh! Das ist ein Rund, Nico! Oh, oh! Scarlet! Was? Es war mir, ich! Ich versuche! Well, well. Marco attraks all kinds. Gnats und Bermen, included. Scarlet! Danke, dass ich die Vorwärme, um zu bringen, einen Exterminator zu bringen. Das trifft sich super. Ich will ein paar neue Waffen-Abilities ausprobieren. Was ist auf dich? Sie brauchen meine Hilfe. Geh auf. Er kann sich bis zu dreimal, äh, bis zu zweimal wiederbeleben. Was ihm jedoch nicht möglich ist, wenn er brennt. Okay. Got it. Let's do this. Komm! Ich will jetzt aber erstmal... Jawohl. Okay, Schock. Into. Ende. Mit Schrecken. Nice. Okay, wir haben es auch direkt gelernt. Super. Dann muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen. Jetzt würde ich gerne mit Red seine Ability lernen. Dazu braucht er aber volle Rächer, halt. Oh, shit. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Wunderschönen kilos. Untertitelung im Auftrag des ZDF, der ich aufgestellt habe! Was ist das alles? Okay, können wir noch zwei Hits oder so. Ja. Do it. Okay, okay, ich hab's. So, jetzt hier. Eil in der Hüte. Oh. 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 Oh, okay. Oh. 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 Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, okay, gut, gut. Einfach nur genutzt, um mich hochzuleechen bei meinen Abilities. Ah, das ist auch wunderschön. Resident Evil Monster. Was ist bei dir? Hier, in mein Eier. Geh hier. Ich habe dich. Es ist vorbei. Da. Letztendlich. Hast du genug? Eis. Diese Kreatur steigert ihre Kräfte durch den Einsatz von Marko Sook und kann nach gewisser Zeit zerstörerische Attacken anwenden. Du kannst dies unterbinden, indem du ihr eine gewisse Menge an Schaden zufügst und sie damit schon erfährlich machst. Bleib ruhig. Kommt, der liefst dich halt hoch. Ist mir egal. Mach einfach. Hauptsache, du greifst mich an. Jawohl. Sehr gut. Marko Schuss. Jawohl. Blitzkorb. Blitzkorb. Do it. Jawohl. Komm, nochmal. Komm, ich weiß, du willst es. Du willst es doch auch. Komm, noch einmal. Tut mir weh. Komm. Ich steh drauf. Jawohl. Immer noch nicht gelernt. Aber warte, Recherhaltung ist immer noch voll. Ah, okay. Gelernt. Juhu. Okay. Jetzt können wir uns anstrengen. Oh, holy shit. Okay. Oh, god. Noch stärker. Let's go. Woo. Let's go. Oh, Lunaris Tempo oder? Nee, können wir machen sie erst Wirbelfängen. Und dann Sicher klauen. Mit Barrett. Schockschuss. Schock, Schock, Schock. 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 Jawohl. Oh, das wird gut. Mutangriff. Mutangriff. Limit Break. Wie volle Breizeite, Mann. Oh. Was nun? Phase 5. Hey, asshole. Over here. All right. I'm good. Yeah. I'm about to kill you. Wanna do this? You know I do. Okay. Phase 5. Sprung. Sprung Geheuer. Sprung Geheuer. Hang back. It's over. Don't over here. Don't over here. Don't over here. Don't over here. Follow, keep it together. About damn time. Let's do this. Bleib stehen, man! Giga-Marco-Zog. Oh Gott. Giga, Alter. Marco-Überdosis? Giga-Marco-Zog. Okay, perfect. Giga-Marco-Zog. 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 Erklärt euch, Geister! Giga-Marco-Zog. Was tut ihr, was wollt ihr? Oh, das habe ich ganz vergessen. Oh, wow. Fucking Gundam, Alter. I have material to collect, so if you would excuse me. Time to die. Uh-oh. Madden's to the rescue. We've got to help them. Hurry and get ready. Then meet me at the stables. 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 So, Yuffie. Was wolltest du nochmal machen? Bei anwesendem Doppelgänger Gegner niederstrecken. Okay. Got it. Draufhauen. Lauft, Mädels, lauft. Jawohl. Oh, schau, diese Kutis. Und, nur in der Lage. Gute Idee. Danke. Okay. Wieso kriegen die das... Moment. Warum kriegen die Mädels plötzlich Schokobo gesponsert und Seilpistolen? Was ist das wieder? Was ist das fair? Ich fühl mich ungerecht behandelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Okay. This is crazy. After. Bam. Oh, warte. Sorry, Jungs, aber wir müssen erstmal hier die Items finden. Ah, genau. Das habe ich ja vorhin gesehen. Hier die Hasen. Na? Ah. Pick. Theoretisch könnte ich jetzt sogar... Theoretisch könnte ich erstmal auf die Jungs scheißen. Und dann gehen wir hier hin. Wir müssen erstmal die anderen finden. Weigert sie sich jetzt zu suchen? Wirklich. Ist das dein Ernst? Jetzt sind wir hier. Weißt du, die Jungs, die wären stolz auf uns. Warte, dann will ich aber die... Dann will ich springen. Dann will ich da oben die... Die Sprung-Dings muss ich aktivieren. Junge, wie die da hoch geht. Richtig krasse Arme. So, ich habe doch hier irgendwo gerade... Irgendwo war doch hier gerade noch ein Pilz. Ganz da oben. Da. Ne, warte. Da unten. Wee. Da. 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 große rettungsaktion die jungs haben mal wieder verkackt hallo so jetzt multiplizierung direkten doppelter geschicklichkeitsbonus der ist ja immer noch da wow okay das war das war schnell ich hätte nicht gedacht dass der doppelgänger so lange da bleibt ehrlich gesagt der doppelgänger der bleibt einfach seilpistole seilpistole die mädel sind jetzt quasi wie batman die mädel sind seilpistole seilpistole die mädel sind Scheiß auf die Frosche. Scheiß auf die Frosche. Oh, warte, geht's nicht weiter. Ja. Natürlich müssen nur die Jungs schwimmen. Wo kann ich denn crappeln? Ja, dann ist mir egal, ihr werdet jetzt nass. I don't care. Noch ne Waffe. Tigerzähne. Die wecken den Tiger in ihr. Leider viel weniger physische Attacke. Platziert eine Maadisphäre. Die kennen wir auch. Oh ja, physische Attacke plus 20. Das auf jeden Fall. Hm. Musterschüler. Oh, wir haben hier keine verbundene Materie mehr. Gut. Na gut. Was hat sie? Gewitter Luft. Geschwächter. Ja. Oh ja, das war ja! Das war's für heute. Ich könnte die Viecher machen, aber ich hab nichts davon, glaube ich. Wir sneaken uns lieber durch. Das war's für heute. Okay, das war einfach. Ich find's schön, wenn man diese Waffenfertigkeiten super schnell lernt. Ich bin echt froh drüber. We did it. Vielleicht, äh, maybe? Vielleicht yes, vielleicht no. Da ist Strom. Ich bin echt froh drüber. 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 Du 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 du. Einmal strömen. Ah, was ist denn jetzt wieder hier los? Wo ist das Problem jetzt wieder? Können die nicht einfach mal ihre Kabel länger machen? Wir müssen Geld spüren, ja. Shinra, haben wir ja schon festgestellt, Small Indie Company, true. Bob, 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 Bob was klaut. Einfach so. Um nochmal zu zeigen, dass sie halt die Ultra-Kraft in den Armen hat einfach. Ich meine, to be fair, er ist ein genmanipulierter Supersoldat. Und sie ist ein normaler Mensch und sie ist genauso schnell. Eigentlich ist das ja schon Beweis genug. Hallo. Don't let him escape? Escape, ja? Ich zeig dir mal hier, wie wir escapen, ja? Ja. 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 Mhm. Escape. Escape. Escape und so, ja? Mr. Elite Kanadier. Sieht das hier wie ein Escape aus? Okay. prend den. Ja! Ja. 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 Get it. Ja. win. oder? Ich muss echt die Augen offen halten, nicht, dass hier noch eine Waffe rumliegt irgendwo. Könnte gut sein. Oh, was machst du denn? MG-Drohne. 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 Das ist es! Komm! Heads up! Go! Ya! Ha! Take that! Huch! There! There! Alright, that's over. Während wir hier kämpfen, gebe ich immer Analyse. Nicht, dass ich hier irgendwas cooles treffe, was man nur einmal trifft. Also, langsam habe ich aber das Gefühl, es wäre vielleicht schneller gegangen, wenn wir einfach den ganz normalen Weg gelaufen. So einfach, einfach durch die Mitte. Na, guck mal da, die MG Drohnen zum Beispiel. Hier haben wir noch gar nicht Analyse jetzt. Unser Team braucht Hilfe. Ey, warte, da ist gut. Ich werde nicht raus gehen, wie das. Ja! Take the lead! Here I go! Ha! 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 Ta! Ha! 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 Wie magst du das? Ich habe dich jetzt! Ich bin unstopfbar! Ich habe nur geholfen! Ich habe jemanden geholfen! Du hast keine Angst! Wir sind jetzt fertig! Jetzt, du kannst dich nicht schlagen! Du hast keine Angst! Ich werde nie irgendwas stehlen! Das mit dem Doppelgänger ist ex... Weil im Prinzip, also legit, verdoppelt das einfach alles, was sie tut. Also wirklich, also... Nicht mal irgendwie genervt oder so, glaube ich, sondern wirklich einfach doppelt alles. Egal ob Angriffe oder Magic... Fertigkeiten... Wird alles kopiert, eins zu eins. Also ja, die wirkt auf mich auch sehr, sehr stark. Oh oh! Bösiane! Lauft Mädels! Lauft Mädels! Wir müssen auf unsere Haare aufpassen! Oh oh! Bösiane! Und natürlich mit perfektem Timing! Und natürlich mit perfektem Timing! Und das! Tatsächlich mit... Wer macht das? Hey, Starlet! W忘 mag diesen Wutai'in, Savage?! Sie kommt beim Schreibe! Wenn man nicht mit uns selber macht... Wir gehen einfachen auf dich. Ich promette dir! Oh, ja! Ich habe mir gerade vor, als wäre ich in so einem Marble-Film. Ja, wir sind die Girl-Power. Okay, kann man sehen, Fuchs Deluxe, Alter. Okay, wir machen Blitzschaden. Oh, diese schöne Blitzschaden. Ich werde dir zeigen, was ich tun kann. Ja, ich habe so das Gefühl, dass Aerith hier meine MVP wird. So, mit ihr auf jeden Fall direkt mal gewittern den Jutsu. Und dann... Wirbelsturm. 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 So, wir müssen aber auch ein bisschen heilen. So, Zeit für den heiligen Magikreis. Das wird gleich richtig hardcore. Ich hoffe, sie fliegt jetzt nicht weg, denn wir machen jetzt folgendes. Oh, wir blocken erstmal. So, und jetzt... Blitzgar Alpha. Und zwar doppelt gecastet. Ich guck mal, ob Blitzgar auch reicht. Ich guck mal, ob du... Ich guck mal, ob du... Ich guck mal. Ich guck mal. Was kommt denn jetzt? Oh je. Ähm... Mega, Mega. Mega Trank. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ja, das wird gut machen. Das ist schade. Wie? Hä? Geh auf. Geh auf. Geh auf. Einen noch Schuss. Moment. So nicht. Das ist für dich. Was sagst du für ein bisschen? Geh auf. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Ich bin in. Geh auf. Ah. 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 Wir brauchen einen neuen Bunensheen. So, Bunschchen, Limit Break. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob sie es gemacht hat oder nicht. Ich habe legit, ich habe keine Ahnung, ob es geklappt hat. Ja, super. Ja, ich glaube, es war auch nur einzeln, sonst hätte es irgendwie mehr gemacht. Das war's für ein undches. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Seriously? Gib me a break. I can't beat you. Let me ridden this. Yes, Bingo! Bingo, go on! Gotcha, fair enough, Todd! Bingo, come on! Ich will die Oberlinen. Ich will die Oberlinen. One more shot! Jetzt hat sie ja auch keinen Jutsu mehr. Nein. Man, heute will die aber gar nicht nachgeben hier, was ist ja schlimm. Ich habe jetzt bitte mal Zeit für einen Aether. Hier 50. Oh, das sah cool aus. Holy shit. Weg damit, Mann. Weg damit! Nemi hat sie davon jetzt keinen Schaden genommen. Ja! Ja! There! Get him! I'm not throwing at me. Okay. This one's for you! Got you! There! Get him! You'll be nothing but a Scorchmark when I'm done with you! Oh mein Gott, endlich! Komm her! Zyklontritt! Was ist es? Was ist es? Und jetzt so richtig in Style mit Yuffie Limit Break. Schön! Oh, schön! Haha! Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöö! Oh, seuf! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Erich! Yuki! Du bist okay? Wir sind gut! Gehen! Nein! Ähm. Ich fühle mich sehr allein. Come out, come out, wherever you are. Okay. Let's do this! Learn some manners! Zipa? Gifa! Dichuu! Lies wie ein Rock! Dichuu! Dichuu! Jifu! Dichuu! 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 Hmph, let that righteous anger guide you. Yo, holy shit, Alter. Junge, Ultra-Giga-Chat-Cloud of Darkness, Alter. Let's go, man. Wie er abgeht. Yes! Junge, die Vernichtung. Oh! Baby! Let's go, smoother dodge. Holy fuck. Junge, das war mega geil. Bitte nochmal. You're not Tifa. You can't be. We've been over this. I do have a scar. I showed you, remember? Liar. Schonk laut von dem. Those we hate. Those we love. Those we fear. Jenova would become anyone to fool her prey. Who? Don't do this! But I'm no fool. Who is your waifu now? Die sinkt immer tiefer. Oh ne, oh ne. Ne, alles gut Leute. Ist vielleicht höchst ne lebensgefährliche Marco Vergiftung. Tifa? Oh! Pinoctio Vaal level, ja. Hatten wir ja schon ein Kingdom Hearts. Ich mein, sie wurde nicht gekaut. Ja. Pumpkin. Pumpkin. Mom? Die? Tifa! Over here! Come on! This way! Yeah! Come play with us! Mein Schatz. Random Golem Noises. Okay. Tifa wird jetzt eine Weapon. Warum ein bisschen Embryostellung? Ja, Mann. Ist immer so, weißt du, so Geburt und so. So Verbundbarkeit. Ist doch immer so in japanischen Medien. Meistens sind sie dann auch nackt dabei, aber das haben sie hier wohl mal ausgelassen. Warte, steuer ich das? Oh, what the fuck? Warte, steuer ich das? Oh, what the fuck? Sagen. Are the whispers, fighting? Where… Where are we? Ein Livestream? Das ist witzig, weil vorhin, als die da reingefallen ist, dachte ich schon fast, ob die das umdrehen. Ja, okay. Boah, jetzt frage ich mich, ob die den ganzen Part mit Cloud dann rauslassen. Oder ist sie vielleicht... Junge, ich... Okay, warte mal. Ich hab grad tausend Szenarien in meinem Kopf, die alle extrem wild wären, wenn sie stimmen. Ich werde meine Mutter finden. Dann komme ich mit dir, Tifa. Ich auch. Hier. Mount Nebel. Hier kommen wir. Okay, dann. Danke, ihr Leute. Hey, schau. Ich denke, Cloud möchte auch kommen. Cloud? Die Sache ist halt die... Komm, was ist denn? Ja. Ich erklär's gerade, warum ich so baff bin. Im Originalspiel ist es so, dass diese Erinnerungsszene im Lebensstrom, dass die erstens viel später kommt und zweitens ist es nicht Tifa, die das erlebt, sondern Cloud. Und Cloud findet quasi durch den Lebensstrom seine wahren Erinnerungen wieder und merkt dann, dass er eigentlich nie Soldat war, sondern dass er mehr oder weniger nur die Identität von Zack angenommen hatte. Weswegen das hier gerade sehr, sehr wild ist, dass Tifa das erlebt. Es kann jetzt natürlich sein, dass das einfach nur zusätzlich nochmal kommt, weil sie damit quasi begründen wollen, warum Tifa ihn nicht die ganze Zeit angesprochen hat. So von wegen, sie hat sich selbst nicht mehr daran erinnert. Ähm, das kann sein. Die andere Option, die viel, viel krasser und wilder wäre, wäre, wenn der Shit den uns Sephiroth die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, wenn das wirklich stimmt und sie ist gar nicht unsere Tifa. Das wäre so ein krasser Plot-Twist. Aber ich glaube, das wäre fast zu krass. So Speaker 3 So. So, Teepa! So, es braucht das, wenn es muss, Sch caught, was dann Lebens sophrologiert, deruition und wastech schmerzt. Ähm, zu hören, Dosen ist es viel zu flashern, um sieww sangone. озможно, sie heute, was zu sehen. thoseeller auch Tomaschen oderoro gelernt hier so schön eingeb Shelley, ähm undふふ receber, was oder? Ich brauche dich. Also der war quasi out of party erstmal, story mäßig. Ob das tiefer jetzt auch passiert? Oh, I get it, okay. Okay, also die weißen Viecher sind quasi die guten Moiren natürlich, die quasi so vom Planeten selbst rausgesendet werden. Und diese schwarzen Viecher, das sind irgendwelche manipulierten Moiren von Sephiroth anscheinend. Also sprich, wir haben auf einer Seite haben wir diesen krassen Ultra Sephiroth, der anscheinend irgendwie probiert das Schicksal zu ändern. Natürlich zu seinen Gunsten wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite haben wir den Planeten selbst, der probiert mit den weißen Moiren und den Waffen quasi dagegen anzukämpfen. Oder Amars, wie sie in der deutschen Version heißen. Oh, wie ist sie? Tiefa Bleib stark, Tiefa! Du hast es geschafft! Aber nicht wenn du aufhörst. Du musst es wollen. Du kämpfst für es. Wie schwerst du kannst. Du musst jetzt aufhören, Tiefa. Du kannst nicht hier sterben. Du kannst nicht aufhören, Tiefa. Du kannst nicht aufhören. Tiefa! Komm zurück, Tiefa. Wir müssen eine Kampf um zu Ende. Die Kraft der Freundschaft und der Anime. Sie macht uns stark. Tiefa, ich wollte dich zwar gerade töten, aber komm trotzdem wieder. Oh, okay. Deine Worte können ihn jetzt aufhören. Nein! Nicht gehen! Ich schau sie dir an! Deine Worte! Ich schau sie! Die Ich kann nichts sehen. Das ist Ich bin ein Freund. und Nice button Nicht mal mit der flachen Hand, einfach mit der Faust, mit der Faust voll auf die Schnauze. Verdient. Wow, das sieht richtig creepy aus, Mann. Ich mag es. Tifa! Tifa! Good luck down there. Hey, Tifa, stay with us. Erstmal so fünf Potions einfach direkt reinkippen. Hier, trink! Boah, das war krass, Mann. Das war richtig coole, wie sagt man, nicht Szene, sondern, ja. Richtig cooler Abschnitt. I'll go get the others. Cloud? You remember how our parents used to tell us that when a person died, their spirit would cross Mount Nebo? Yeah. We all knew it was a story to scare us out of climbing the mountain. You believed it, though. I didn't. At least, I had my suspicions. But I buried them. I wanted it to be true so badly. I didn't want to think my mom was just gone. Plus, Emilio and the others said they'd help me find her, so up the mountain we went. Some help they were. Running off and leaving you out there? Not that I knew about any of that. You don't remember? I hit my head pretty hard when I fell off that cliff. Think it messed with my memory. Everything from around that time's a blur. I only knew what the others told me. Didn't even occur to me to question them. Hmm, okay. What'd they tell you? They said that you egged me on. Yeah. But now I know. That's not what happened at all. When the rest of them ran. You were there for me. You stayed when I needed you most. If that's not a hero, then I don't know what is. I'm no hero. What kind of hero falls off a cliff with the person he's trying to save? And pushes him into a pool of Mako. Sometimes, I don't even know who I am. I forget things everyone else remembers just fine. And know things I've got no right knowing. It's like there's different people inside of me. And the worst part is, I can't even tell where they end and I begin. Go on. Soldier's cells degrade. I think that's what's happening to me. That I'm falling apart. That's not going to happen to you. You saved me before. Now it's my turn. I think that's what I want. Sorry. I don't know. It's my turn. I don't know. Danke, Juffi. Danke, Juffi. Das war knapp. Fast einen riesigen Fehler gemacht. So, basically, we got some nasty-looking Black Whispers going up against the planet in the Lifestream. And these Whispers are with Sephiroth, right? Just do it! Make your dreams come true! That's how it looked to me while I was in there. And? Any idea who was winning? Could you tell? The planet. The Lifestream. Us. Well, of course, we are. What did you expect? This is the planet we're talking about. Y'all know she's going to pour her heart and soul into this fight. Just close your eyes and listen. Tell me you can't hear that. Her rallying cry. She knows, Sephiroth ain't going down easy. And that she needs others to step up. But we're the only ones who can. Don't you see? We need to commit. Put our lives on the line to save Earths. You in? Yeah. You bet we are. Huh? Wow. What have I walked in on? You know, there are places better suited to these kinds of conversations. Shoukoko. The Home of Planetology. It's right around the corner, isn't it? And do they have Materia there? Because if they do, I am in. Like all in. Since time and memorial, it has been a place for both planetary energies and ancient wisdom. Of course we... Say no more! Let's ride! Leute, was, wenn... Sie reitet auf... Wow. What got you so excited? I grew up there. That's it. We've got ourselves... Hey, ich... Jetzt frage ich mich, wie... Jetzt frage ich mich so krass, wie Cosmo Canyon aussehen wird. Leute, was ist, wenn es irgendwann eine Entscheidung gibt zwischen Tifa und Aerith? Und je nachdem, welche man pickt, wird das komplette Ending verändert. Hallo, Fango. Nette Augen. Oh, okay. Wir haben keine Seilpistole mehr. Super. Verdammt. Es war schön. Es war schön. So. Ja. Kurzer Zwischenstand hier. Wir haben, glaube ich, alle Abilities mit jedem gelernt. Ich überlege mir, welche Waffe ich mit Cloud verwenden will. Sollen wir noch ein bisschen bei dem Kristallschwert bleiben? Ich finde halt, das Kristallschwert ist irgendwie... Wir haben ja die Ability jetzt. Und dadurch, dass es halt nur zwei Slots hat, ist es irgendwie ziemlich kacki. Ich überlege sogar wirklich, ob ich nicht sogar wieder zurück auf die Prachtklinge gehe, weil die einfach so am meisten overall physischen Damage gemacht hat. Oder wir gehen wieder zum... Oder wir gehen wieder zum... Ja, ich bin Team Aerith, ja. Definitiv. Das war, glaube ich, meine erste Videospielliebe. Das Offensiv-Ding war aber auch... Ja, aber wir haben ja die Abilities von allen Waffen gelernt. Also es ist egal, welche Waffe ich jetzt benutze. Ich habe alle Abilities. Also momentan geht es quasi nur um die Werte und die Materia Slots. Und was das anbelangt, ist die Waffe nicht so gut. Auch wenn sie geil aussieht. Und mich definitiv auch an den Crystal Tower erinnert. FF-14-Spieler werden das direkt bemerken. Dann nimm du sie und Cloud bekommt Tifa. Wenn das möglich wäre, wenn es so eine Person geben würde, dann... Ja, das würde ich sofort eingehen in den Tasch. Ich glaube, ich nehme wieder den Kraftfresser. Der ist halt Stat-mäßig ein bisschen schlechter als die anderen. Aber dafür ist er halt auch relativ ausgeglichen. Relativ gut und hat halt die meisten Slots einfach. Ich glaube, wir nehmen wieder den. Außerdem sieht er fucking edgy aus. Das ist immer gut. Wir stehen auf Edge. Wir sind die ultimativen Edge-Lots. Scheiße, weiß noch irgendjemand, was ich bei ihm drin hatte? Aber wir hatten auf jeden Fall noch den FP-Boost drin. Der jetzt irgendwie bei Red ist. Fuck. Oh, nee. Ich hatte auf jeden Fall FP-Boost mit TP-Boost gekoppelt. Und ich glaube, ich hatte noch eine zweite TP-Boost drin. Die jetzt auch bei irgendwem anders gelandet ist. Ja, fuck. Ähm. Gib du die mal wieder her. Dann reiten sie auf dem Cloud-Junior Chocobo in den Sonnenuntergang. Das wäre super witzig. Ich bin Zach. Ich bin definitiv nicht Zach. Ich bin so viel anders als Zach. Nee, nee, nee. Damit kann ich mich nicht so ganz identifizieren. Wobei. Egal. Lass nicht drüber reden. Äh. Ich glaube, ich habe mir meine kompletten Materia hier absolut zerschossen jetzt. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich eigentlich hatte und was ich wollte. Äh. Ich könnte ihm halt noch Ausdauer geben, aber. Hm. Ich bin nicht so ein riesiger Fan davon. Vielleicht fange ich einfach an, noch so einen MP-Boost zu leveln. Ne, ohne Schaden. Bist du nicht auch ein bisschen Gongaga? Sind wir nicht alle ein bisschen Gongaga? Wenn wir einfach mal ganz ehrlich mit uns sind. Oh, ich weiß. Ich gebe ihm, oh ja. Wir geben ihm noch, ähm, Gestein. Genau, Gestein. Weil das ist noch ein Element, was wir halt nirgendwo sonst drin haben. Oh ja, das gefällt mir. Ja. Dann kriegt er noch Stein. Dann habe ich noch zwei Sachen, die ich Tifa und Barret geben kann. Tifa hat, glaube ich, schon Gewitter. Äh, ja, hier. Zerstörung. Okay. Einfach irgendwas, irgendwas reinschieben jetzt. Irgendwas reinschieben. Diatoxin. Okay. Fertig. Schieb. Schieb. Ja. Was ist denn hier wieder los? Hier mit, keine Ahnung. Knutschen und reinschieben, das muss doch nicht sein, Leute. Das muss doch nicht sein. So, Leute. Aber ich muss jetzt aufhören mit, äh, Rebirth. Ich bin froh, dass, ähm, diese ganze Sektion genau jetzt zu Ende ist, weil es wäre richtig scheiße gewesen, hätte ich irgendwie so mittendrin Schluss machen müssen. Aber ja, Stream ist noch nicht zu Ende. Ich möchte nämlich heute nach langer Zeit mal wieder FFXIV streamen. Wir sind da nämlich bei was Coolem. Moment, ich lock mich schon mal ein. Yes.